Musik Ich schnall das noch nicht so ganz So, können wir den drauf? Können wir nicht kaufen, nicht kaufen Ah, der hat ja mal ein Problem Schaut zu euch an, sie können nichts Und lassen sich einfach von dem Tal bis zum betäuben jetzt wird das auto noch zerstört jetzt gönne ich mir das Ding rauchen haben wir den verletzten das würden da nicht alle herkommen so und wie schaffen wir das, dass hier noch irgendwas gibt, was wir zerstören können okay, wir müssen auf jeden Fall geradeaus ah, da haben wir ein Drogengeschäft, oder? kommt ja, wir rufen ja, ich schon wieder weißt du, die schießen halt einfach auf einen haben nichts anderes verdient schau, jetzt ergibt er sich na, hier blöde, fette Arsch müssen sie jetzt nicht, ne nur wenn wir DUP Sachen bekämpfen okay, jetzt merken wir uns mal na gut, wir können hier noch ein bisschen was machen wie da hinten, diese Sprühflasche das ist das Symbol da gehen wir auch mal hin so, ein bisschen wieder Künstler, äh, Künstlerisch sein mir wundert's, dass es nicht mal leer geht da, 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 da Na, da ein bisschen, da, da unten, da, so, das sieht nicht schlecht aus. Oh ja, das bist du. Wir haben es geschafft. Gerätenverzweiflung, also das DOB verliebt die Kontrolle über dieses Viertel und Gerätenverzweiflung. Provozieren sie einen Finalkampf, indem sie die Propaganda-Reklamtafeln verunstalten. Eine öffentliche Niederlande wird das DOB dauft und Sättel in ihrem Schnellreisens entziehen. Das machen wir doch! So, was ich mich frage, was hat's denn sich da, diesen verkackten Musik-Dings da auf? Ich schnau das nicht. Sorry, wenn ich hier was Falsches mache oder so. Wollte ich nur gesagt haben. Da ist irgendwas. Ich glaub, irgendwas locket. Auf jeden Fall brauchen wir mal die Karte. Wir müssen da hin. Können wir uns irgendwie... So. Das war die falsche Taste. Na komm, helf ich dir. So. Da bin ich mal gespannt wie dieser... Ja. Der Final Kampf, der Final Show, der Final Countdown aussehen wird. Schick zu hoch? Nee. Mission beginn. Jetzt bin ich gespannt. Hallo, hier ist die DUP Notrufzentrale. Möchten Sie einen Bioterroristenvorfall melden? Es hat einen Zwischenfall ganz in der Nähe gegeben. Ein ziemlich gut aussehender Bioterrorist. Er hat randaliert und ihre Reklametafel beschädigt. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Wir schicken DUP Truppen, um die Gefahr zu neutralisieren. Davon kriege ich einfach nie genug. Oh, oh. Jo. Ich würde mal mit dezent behaupten, dass da jetzt so eine kleine Welle kommt. Oder auch nicht. Okay, wir können jetzt eine Schnellreise machen. Und je mehr Final-Kampf wir abschließen, desto mehr Schnellreise haben wir. Das ist cool. Und wer sich fragt, warum ich das Symbol eigentlich genommen habe, naja, es sah halt cool aus. Deswegen, ja, für mich hat das halt symbolisiert. Freiheit mit den Tauben und Seattle in den Händen der Guten. Auch wenn dieser Vogel da, aber nee. Wie gesagt, ich fand die halt besser. Ich fand sie eben besser. Da hinten ist auf jeden Fall unsere große Big-Mission, die wir natürlich auch noch bestreiten müssen. Also unsere Hauptmission. Die müssen wir natürlich auch abschließen. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt gesehen, wie das so ist. Es wird wahrscheinlich nicht immer dasselbe so. Gehe ich zumindest mal davon aus. Es ist ein bisschen langweilig. Aber wir müssen jetzt erst mal dahinter. Nicht wahr? Oh, ich bin so froh, dass wir unsere Spells und Skills hier haben. Was ist denn die Aufgabe hier? Hier ist sie. Ah. Ah, hier sind die. Schön zu wissen. Es ist nicht so super da, jetzt seine Sachen zu zeigen. Wir wollen ein bisschen höher und da eigentlich nicht hin. Aber weißt du, dass wir von hier oben können, Leute? Ja, genau. Woher kam das denn? Okay, okay. Wir müssen zu viel Power. Gut, wir verziehen uns. Hallo. Danke. So, wir müssen jetzt unsere Hauptmission, wie ich gesagt habe. Schau, sie finden mich nicht. So, seht ihr? Und das meine ich. Da ist schon wieder so ein roter Punkt-Schild. Und wir haben... ...verdächtigte Gegratoren. Hey, es gibt so... Fuck. Keine Ahnung, es gibt so... Ja, das wollen wir unbedingt wieder. Aua. Ja, genau. Lassen Sie es mal da kommen, wo wir erst mal richtig attackiert werden. Das ist immer gut. Und wieso auch nicht, ne? Ich wollte gerade exek- äh... ...schlafen schicken. Oh, komm. Wo ist denn der andere? So, und du auch noch? Ja, hallo. Ganze Station. Ah, da gibt es auch Scherben. Das ist nice. Viel besser. Dachtest du mich schon, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist. Gut, wir holen uns dann, ähm... ...die Hauptmission, die ich schon seit der ganze Zeit machen wollte. Oh, was wird denn die denn hier? Das ist ja wieder Frage. Oh, komm. Du wirst auf jeden Fall schlafen. Du wirst auch schlafen. Das ist nur, weil ihr denkt, dass ihr da oben sicher seid. Das heißt, dass ihr da oben nicht einfach auf mich schießen könnt. Sagt mal. Habt ihr keinen Anstand, oder was? Ja, würde ich auch sagen. Tja. Wie oft können wir das machen, dass es kaputt geht? Ah, das beantwortet meine Frage, gut. Na also. So, den brauchen wir natürlich wieder haben. Gut. Wir haben mal was für Gutes getan. Für die guten, für die... Für die normalen Leuten. Auf der Karte sieht ihr diesen Sendeturm. Den müssen wir wieder zerstören. Krass, wie die auf die... Bitte was? Ah ja, wir wollten ja die Hauptmissung machen. Sorry. Das verleichtete aber so hart das Spiel, ähm, auch... Was zu hell ist das für ein Auto? Das verleichtete wirklich sehr hart zu anderen Dingen. Toe Choke. Okay. Ja, wir wollten ja die Hauptmissung machen, ne? Aber das Spiel verleitet wirklich sehr stark, ähm, dazu, dass man andere Dinge macht. Also, echt krass, weil man, man kann halt so viel tun und, ähm, es gehört einfach auch noch zum Spiel halt dazu. Jetzt sind halt nicht nur Nebenmissionen. Die Mission, das gesperrt zu stören, sie nahe liegen, ne? Ach, seht ihr an, die ist sogar gesperrt. Wir müssen das tun. Ah, die Hauptmission, ich fahrt da hin. Also, das haben sie sehr gut miteinander verknüpft. Was man denkt, das Haupt-, äh, Nebenmissionen sind eigentlich in Wirklichkeit auch so eine Hauptmission. Das ist halt echt geil gemacht. Oh, ich wollte euch doch gerade erst mal Hallo sagen. Ähm, ja, du bleibst da. So, Anu ist schlafen gelegt. Ähm, sind wir noch. Au! Au! Da haben wir schon mal einige zerstört. Na komm, da hochkommen. Zum Verarschen. Ja, gut, dass du aufkriegst. So, und darauf brauchen wir. Weil damit laden wir auch unsere Dinge hier auf und... Piu! Nicht tot. Nein, das geht sogar. Achso. Ja. So, und darauf wollen wir natürlich wieder haben. Tadam, sie... Ich werde mal selbst schaden zufüllen. Mal, Leute. Ähm... Ja, ey, sie sind verarschen. Jetzt hau den Typen kaputt. Ernsthaft. Ja, ihr schubst mich erst mal komplett runter. Immer geil. Oh, yeah! Wo sind jetzt der eine? Und halt nicht. Ich wollte doch nur ein bisschen Hallo und... sagen, ein bisschen spielen. Ich glaube, die wollen aber nicht spielen. Kann das? Das verstehe ich gar nicht. Dabei macht es so viel Spaß. Ich meine... Oh, den habe ich jetzt fast exekutiert. Ah, komm. Jetzt möchte ich die ausschalten. Und naja, dazu steuere ich halt die Infrastruktur. Das ist wieder sehr schlau von mir. Immer... Neben Munitionskisten, da was draufzuhauen. Also, was das angeht. Gibt's ein bisschen Rauch. Äh, das geht ja auch so. So, dann werden wir den nächsten Mal kaputt machen. Sonst drücken wir hier. BAM, BAM, BAM! Und schnell weg. Peng. Oh, yeah! Ähm, ja. Erstmal, wenn wir die ganze Splitte raushauen. Oh man, wir kriegen jetzt Besuch. Oder auch nicht. Ja, ich wollte eigentlich die Scherbe. Aber hey, danke. Alter, sieben Scherben eingesammelt. Jetzt wieder Upgrades. So. Hier, das können wir upgraden. Mehr leider nicht. Okay. Oh, hoffentlich war die Kamera teuer. Ich würde mal behaupten, dass sie toll höher waren, oder? Schreib das mal in die Kommentare. Äh, das ist schon ein bisschen zu weit. Okay, damit kriegen wir die Sachen auch kaputt. Aber die Kameras sind ja das Nervigste an den ganzen Sachen. Doom. Doom. Boah, ich würde das nur so abfacken. Ist irgendwie so ein... Naja. Natürlich. Ich denke, ne. Ist ja immer welche. Nein zu allen Drohnen! Nein zu allen Drohnen! Verarschen. Ich glaube, ich habe die Basis so gut wie ausgeschaltet, oder? Ne, jetzt war Hansel da. Das kann ich mal. Jo. Ist das so Spaß exekutieren? Ne, dann gibt es wieder Nervigste. Aus Spaß exekutieren? Naja, das hört sich auch schon so an. Ich würde mal behaupten, wir können hier irgendwo hoch. Ja, kommen wir natürlich. So, und da, na. Schau an. Na, komm. Die Scherbe nehmen wir natürlich mit. Und da hinten ist wieder dieses... Mannversteck, oder was ist denn so? War das nicht ein bisschen zu leicht? War das nicht ein bisschen zu leicht? Such dir einen Job, Mann! Also das war jetzt sehr leicht. Der stand ja wirklich gleich um die Ecke. Ich finde es gut, dass man so viele Sachen kaputt machen kann. Oh, warte mal. Oh, hier ist niemand. Hier ist doch niemand. Leute, was wollt ihr denn hier? Na, komm. Ich will das Drogengeschäft zu zerstören. Ja, wow, da siehst du jemanden. Leute, die Drogen, die wissen doch ganz genau, sie haben keine Chance, du nicht. Na, rein, die. So. Ich weiß es nicht. Gut. Ja es ist ein Drogengeschäft. Bist du nicht. Die Drogengeschäft. Bist du nicht. Bis zum nächsten Mal.